Abgewürgt. Es tut mir leid. Einfach abgewürgt. Marling. E-MF Fingerabdrücke und Geisterbuch. Stimmt, das Geisterbuch haben wir gar nicht erst hingelegt. Doch, aber im falschen Raum. Also, so leise war der nicht, der hat ja die ganze Zeit geholt. Das ist richtig. Ich muss heute Foxy noch mal ein bisschen leiser machen. Was? Warum das? Weil du mir ein bisschen zu weit ausschlägst. Ich kann auch blüstern. Selbst da schlägst du mir noch massiv aus, Alter. Ich frage dich. Sag noch mal was, bitte. Ich stehe einfach hier hinten und wüsste jetzt, okay? Okay. Nein, red bitte nur mal. Okay. Ja! Na gut. Okay, zweiter Stock. Zweiter Stock, linke Seite. Ja! Klöschel haben wir. Ja. Klöschel haben wir? Klöschel haben wir? Klöschel haben wir? Mein Ohren, äh, hier, mein Traumelfeld ist gerade implodiert. Es tut mir leid. Ich übernehme sämtliche Arztkosten, die ich auch tragen kann. Also als Hartz-IV-Empfänger. Anführungsstrichen Hartz-IV-Empfänger. Gib mir ein Zeichen, ein Zeichen möchte ich. Gib mir ein Zeichen, ja, mehr, das möchte ich nicht. Gib mir ein Zeichen, ein Zeichen möchte ich. Gib mir ein Zeichen, ja, mehr, das möchte ich nicht. Gib mir ein Zeichen, ein Zeichen. Zeichen, 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 Zeichen. Gib mir ein Zeichen, ein Zeichen. Ein Zeichen, 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 Zeichen. Also, Geist, bist du hier? Gib mir ein Zeichen, wenn ja. Öffne eine Tür. Ich habe eine Tür auf der echten Seite gehört. Das könnte ich sein. Tür oben. Nein, nein, nein. Ach so. Also, mittig oben im Flur. Das ist hier die große Aula oder was das hier ist. Ich glaube, ich habe gerade wieder meine fünf Minuten so ein bisschen. Äh, ich bin oben, aber wo genau oben bist du denn jetzt? Oh, ich habe dich. Der hat hinten an die Fensterscheibe geklopft. Ich meine hier eins, der Fenster. Ja, ich gehe trotzdem immer alle durch. Man weiß ja nie, ne? Wo? Da. Ähm. Äh. Fingerabdrücke negativ. Die stand gerade hinter uns. Habe ich mitbekommen. Habe ich mitbekommen. Es bringt übrigens nichts, mich anzuleuchten, wenn ich nach Fingerabdrücken suchen möchte, weil die Lampen mittlerweile so gut sind, dass sie blendern. Wollte ich nur kurz erwähnt haben. Du hast ja ewig, ewig nicht mehr mitgespielt. Ich weiß nicht, was du alles, ob du alles kennst, was neu ist. Hallo. Juhu, ein Merenda hier. Atme dich aus, alles gut. Atme dich ein. Aus, aus, aus. Hallo. Juhu. Juhu, sagt sie einfach nur. Ähm. Äh, Taschenlappe sei schon. Drittes Item. Die Taschenlappe liegt ja noch oben. Äh. Ne, was nehmen wir noch mit? Ich habe zwei Bewegungssensoren, die brauchst du nicht mehr. Äh, da nehme ich noch einen Dotz. Oh, EMF 5. Also sehr wahrscheinlich EMF 5. Also ich finde ja, es fehlt noch so eine kleine Laufanimation. Ja, wer weiß, was die alles machen mit dem nächsten Update. Da sind ja drei Sachen dabei. Oh, verdammt. Ja, und der Rest ist redacted, also top secret. Äh, mein Internet ist grad abgekratzt so ein bisschen. Könntest du's nochmal wiederholen, bitte? Ich habe lediglich gesagt, ähm, mit dem Update Ende des Monats kommen wir nochmal zu den Regeister. Ja. Und doch ein paar andere Sachen. Okay. Jo, haben wir gehört. Kein Orb. Ich habe hier voll die Grafik Bugs. Und zwar. Äh, die hat gar nicht angemacht. So, ich schaue. Ja. Keine Fingerabdrücke. Ah, ja, sorry. Wie alt bist du? Okay. Er ist auch old. Hat er gehört. Oh, zumindest ich habe es gehört. Das habe ich auch gehört. Okay. Oh, der hat einen Sicherungsgartenhaut gemacht. Äh, der ist, ja, dieses Stockwerk, linke Seite. Und so. Unsere Nachbarn, oder wer auch immer draußen irgendwo draußen ist, äh, scheint wieder rund zu kugeln. rum zu was rum zu kokeln es riecht schon wieder so extrem verbrannt ja es tut sich bisher noch nicht ich bringe mal ein buch und 5 auf 10 was ist das hier für eine lampe was das für eine kamera jagt er gerade und rock hat deswegen das ding gerade weggeschmissen hier steht irgendeine kamera an der wand oder wir wissen nicht was das für eine kamer wir wissen nicht was mit der kamera ist welche ist es denn es ist auch nicht könnten poltergeist in frage kommen ja also keine ahnung ja aber bisher haben wir ja nur die geister box und deswegen dort ist genau hinter dir gerade vorbeigerannt so ein film aber auch gespenst phantom oder jukai jetzt hat dein nebenzimmer an die scheibe geklopft ich mag diese reihenfolge nicht so besser wie kommen sie mit dem geister während einer jagt im elf wieder brauchen noch einen ausschlag mit dem im elf wieder egal was für ein ich bin lecker ich bin lecker ich bin lecker ich bin lecker hallo hallo zeug und räuchte stäbchen hat ja auch in dem moment werde ich dann gemacht ja da war der trotz warte mal was war das jetzt spendt phantom joker ja wir haben die geister box und dort projektor und fingerabdrücke für phantom also ich bin mir ziemlich sicher dass es im f5 sein wird die war so extrem aktiv vorhin also da gehe ich tatsächlich mit dass das im f5 sein wird weil wir haben bisher jetzt noch keine abdrücke ja das heißt die hätte schon ab 80 gejagt wenn es joker ist weil wir waren da doch sehr laut so viel miteinander gesprochen wenn der da ist kriegsschrei kein wunder dass es keine amazon mehr gibt bitte was boxy was war das gerade kein wunder dass es keine amazon mehr gibt mit dem kriegsschrei ich bin schon du könntest gut so eine dot und strapp bei guckis sein wille bille 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 stop du was sind das für grafiklecks Alter Boxi, jetzt weiß ich, was du meinst Boah, was ist das für fette Dinger Alter Was ist das? Grell, ne? Grell nicht, aber, hä? Was ist das? Bei mir sieht das normal aus Ach, hier gibt's ja gar kein Telefon, ne? Ist im Nebenraum, links Ach, hier ist die Omenüse-Kamera Ah Ich versuch sie rauszulocken mit dem Kriegsschrei Dass sie sich zeigt Über die Kamera Die hätte schon längst angegriffen, wenn's nicht okay ist Äh, ja, das wollte ich auch testen Hust, hust, hust Bille, bille, bille Jetzt schon kill, bille, bille, bille Bille, bille, bille Bille, bille, bille Ey, meine Nachbarn müssen auch denken, ich hab'n Dachschaden Meine wahrscheinlich auch Guck, guck Guck, guck Viel Spaß So, völlig in Ordnung Dein Dach ist alles ganz ohne Schaden Alter, ich steck dir gleich das Heucherskaubchen sonst wo hin Dir hund rein ganz tief Bah, nein Bille Bille, kerei So, die Tasse wollte ich, bitte schön die war sehr inaktiv hier kann man auch sehr gut vor dem geist sich verstecken hinter den stühlen er hat die schrubkassen ausgemacht ich hab's gehört okay genau in die andere richtung ich hab notfalls noch was ich hab notfalls räucherstäbchen ich bin leiser moment hat sie hier die tür aufgemacht anscheinend oder wir haben sie nicht richtig zugemacht also wir haben uns heute hier wir haben uns heute hier versammelt um den geist in der schule zu stürmen und ihn endlich aus unseren gemäuern zu entfernen auf dass unsere schüler wieder angstfrei in die schule gehen können denk dran dass der von deinem licht angezogen wird der geist was zum teufel wieso ist die kamera hier auf einmal so abgehackt was passiert oh die hand ist schon wieder was ist das er wird langsam echt kalt wird langsam ins bett wird langsam ins bett okay fertig ach du heilige hoff hoff hallöchen dankeschön für dein rate und hallöchen an die drei leute ungünstiger zeitpunkt ich will vermutlich nach dieser runde auch beenden vielleicht mal eine runde ich weiß es noch nicht äh so ja letzter beweis keine ahnung aber wie gehts euch so prof ich trage gmf rein gespenst okay geh ich mit alles klar präuf denn schlaf gut und träumen wer schön ist ich auch ich hoffe ihr hattet einen schönen stream wenn das kein gespenst ist natürlich eine revanche eine kleine mit dann auch okay blöde bettet jones alles gut sonst bis morgen